Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Congratulations Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurz Intro im Moment erstmal wieder. Verrückt, also wir wechseln ja immer die Squats ab, nicht wundern. Ich finde es auch sehr geil, dass immer mal wieder Neue dabei sind, mal ist ein Schlotter dabei, mal Medi, dann ist auch mal Pain dabei. Es gibt so viele verschiedene Streamer. Ich finde es auch sehr cool, dass so viele darauf Bock haben. Lasst gerne ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr meine Among Us Skills findet. Und Freunde, nochmal ganz wichtig, unser Elevate Drop ist natürlich online gegangen, also unser Sommer Drop. Könnt ihr gerne abchecken, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Die erfolgreichste Anfangsphase von einem Drop, die wir bisher hatten. Es ging sehr, sehr ab. Wir hatten noch nie so viele Bestellungen. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr das so gut annimmt. Könnt ihr gerne abchecken. Falls etwas mal ausverkauft sein sollte, einfach warten, weil die Sachen werden immer wieder aufgefüllt. Wir machen das ein bisschen, damit wir auch mit der Lieferung hinterherkommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da und lasst gerne ein Abo da. Es fehlt nicht mehr so viel zu 950.000 Followern. Da fehlen nur noch, ich glaube, 1.000 Abos oder so. Also wir haben fast die 950.000. Macht die gerne voll und jetzt viel Spaß mit dem Video. Schlotti, wie läuft's? Schlotti. Schlotti hat noch nichts gesagt heute. Schlotti, du bist mute, wenn du es nicht wusstest. Schlotti, bist du mit Mats im Zimmer? Schlotti, sag Mats, er hat keine Chance gegen Sadio in Linger. Ey, ich bin jetzt Sadio und bin jetzt auch in Linger. Ich bin jetzt Sadio und ich bin jetzt auch in Linger. Ich bin drin. Wenn du Craprook bist, dann sappelst du die ganze Zeit mit Stift und Zettel in der Hand. Und wenn du Imposter bist, dann sagst du gar nichts. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das stimmt nicht. Du redest ganz anders. Nein. Wetten wir die Killmich wieder? Ich versuche ja sogar nicht als erstes zu sterben. Ich versuche nicht mehr Tasks zu... Also hier, ich laufe mit Leuten. Ich laufe mit Leuten. Danke für die Follows, Jungs. An alle Follows. Vielen Dank für die Follows. Guck mal, Willi ist AFK. Koray, verpisst euch. Aha, gucke mal an. Okay, warte mal. Ich glaube, es ist einfach. Es sind zwei Leichen in Electrical. Elektrical, okay, mach Koray weg. Okay, woher weißt du das denn, Danny? Es könnte Koray sein auf jeden Fall. Und er hat sich sehr komisch verhalten. Wo bist du in Electrical, Danny? Micky, bevor du jetzt weiterredest, jetzt zieh bitte erstmal die Clowns Nase auf, ja? Ja, okay, kein Problem, mach recht. Sag mir, wo du in Electrical bist. Ich bin gerade reingelaufen, Electrical. Ich glaube, die Lüge, ich bin reingelaufen. Ach du Scheiße, oh, es geht in die falsche Richtung, Jungs. Das Problem ist, ihr seid beide halt lost. Also folgendes. Ich stehe genau im Eingang. Die Leichen liegen wahrscheinlich genau am Lichtschalter. Und ich wollte gerade reporten, aber ich habe es nicht reportet. Entweder bin ich es richtig lost oder nicht wie du komplett. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich will kurz die Rede bei haben. Ihr habt 40 Sekunden geredet, einfach kein Mehrwert. Koray, wo bist du gewesen, die Runde? Erklär es mir. Und in Matt Bay, Koray Classic gemacht, vor der Tür gecampt. Du bist in Matt Bay mit mir gekommen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ich die Idee. Wo warst du vor Matt Bay? Wo warst du vor Matt Bay? Nur Matt Bay, die ganze Runde. Aber Jungs, dann können wir es doch ausschließen. Warum denn die ganze Zeit Matt Bay? Lenny und ich sind Sass. Und wo sind die anderen denn? Koray ist auch Sass. Hier hört ihr es jetzt schon mal. Doch, du bist Sass. Hier hört ihr es. Falls es dann zukommt, Koray ist Sass. Warum sollst du die ganze Zeit Matt Bay chillen? Also Willi war auf K. Willi war auf K. Willi war es nicht. Ja, Willi war dieser Kind. Sag doch, sag doch. Mach mal. Bitte, bitte. Du bist in Küche gewendet. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, 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 Micky. Liga, Jungs, bitte, bitte. Hört ihr, wie Micky gerade redet? Er redet mit einem Lachen im Gesicht. Die werden mich jetzt killen. Also wenn es Koray ist, dann werden die mich jetzt killen. Ich laufe mit Danny. Danny ist es safe nicht. Danny würde sowas nicht machen. Digga, mit den beiden W***ern. Micky ist so ein Knecht. Micky ist so ein krasser Knecht, Jett. Digga, wo sollen die Leichen sein? Nein, nein, nein. Wieso machst du das? Einke. Digga, ich war rechts unten bei diesem Müll und dann sind Lichter oder waren Lichter schon aus und dann bin ich nach links gelaufen, dann war die Tür zu und Micky war einfach davor. Okay, jetzt sage ich dir mal meine Sicht. Ich bin gerade in Electrical, Storage gehen die Türen zu und ich sehe halt nur, wie die Leiche umfällt an der Tür. Ich habe Micky's Leiche gesehen, ich konnte auch, glaube ich, sogar schon reporten, aber ich habe gewartet, weil ich weiß, den Storage kann man nicht wenden, das heißt, ich würde den Imposter drinnen finden. Omet war hinter mir und dann wurde reported und du hast reportet, das heißt, du bist drin mit der Leiche alleine. Ja, das stimmt ja auch, aber ich weiß, was man hier war. Hier sind noch zwei Imposter drinnen. Ja, ach. Lotti, also entweder ist da ein Dritter mit dir drin, den du nicht gesehen hast oder du hast gerade einen Self-Report gemacht, wo du es aufgerichtet hast. Ja, aber ich würde, es hätte gar keinen Sinn gemacht, weil ich, hä? Ich glaube, er hat diesen Müllabfuhr da rechts unten in diesem, also, wie heißt das, Storage? Und dann bin ich nach links gelaufen, wollte Richtung Electrical, dann war einfach die Türen zu und der lag einfach davor. Ja, ich, also, es sieht scheiße aus, aber... Skip, Mann. Das sieht für mich ganz scheiße ausbestimmt, aber ich war es nicht, Jungs, ich bin gerade von Electrical nach Lower Engine gelaufen, weil, glaube ich, Koray das Licht angemacht hat, oder, Koray, sofort? Ja, nicht sofort. Wer ist das, wer ist das? Schlotti, Schlotti und Koray habe ich immer noch in der Pisse. Also, beide sind es nicht, einer von beiden ist es hundertprozentig. Ja, aber Koray, Koray, der war immer das Kacke. Entweder so oder so, ich habe euch beide im Blick, einer von beiden ist es safe. Aber beide sind es nicht zusammen. Ich habe noch so viele Tasks, Digga. Weil, wenn ich so weit, ich einigermaßen alleine rumlaufe, killen die mich. Ah, Cousin, Cousin. Lass mich in Ruhe. Ah, es ist eins, es ist schlottig gewesen. Ah, man kann nicht mehr Raum laufen. Okay, 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 wir müssen einen auswählen. Leiche im Gang bei Navigation, O2. Oh Gott, die müssen alle drei den gleichen wählen. Hey, ich wäre da gerade tatsächlich runtergekommen von rechts oben, von Weapons. Willi, 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 hilf mir, mein Freund. Was denn? Ich brauche dich. Daddy ist so ein schlechter Coup-Mate, ich hörste. Ich denke auch und deck die Schweine auf, wo geht's hin, Jungs, erzähl, erzähl. Wo ist die Leiche, Klaas? Navigation, Gang zwischen O2. Und Schlotti hat gesagt, er war oben Weapons. Weapons, ja. Und über was diskutieren wir da noch? Ich habe auch gerade sehr, sehr große Kappe auf Schlotti irgendwie. Ja, ihr müsst alle auf Schlotti gehen, bitte. Ich sag dir ehrlich, bei mir hat's gar keinen Sinn, weil ich kam einfach von Cafeteria nach rechts und schräg oder reich gewesen. Danny muss auf Schlotte gehen. Du musst das jetzt verstehen, Danny. Du musst das jetzt verstehen. Ja, genau. Ich glaube, Chora ist es. Ich glaube, Chora ist es. Es kann aber auch sein, dass es ein Selfie-Code auf dem Chora war. Ähnlich Sas, dass du das sagst. Ja, wirklich. Und jetzt wird es noch fersaster. Und jetzt ist es noch... Er ist der Einzige, der es versteht, Digga. Der auch darauf achtet, was die anderen sagen. Das sagt er am Ende vom Voting. Am Ende vom Voting sagt er das. Willi ist dead. Scheiße. Äh, Kaffee-Dreh am Table? Kaffee-Dreh am Table? Kaffee-Dreh am Table. Dann Kusik raus. Okay, gut. Geile Runde. Was? Kommst du jetzt auf mich? Du hast dich mal gefragt, wo ich bin. Du gehst auf mich. Ja, weil ich euch gesehen habe, Bruder. Scheiße. Du hast gerade... Danny verkackt's auf Ansage. Guck mal, wenn sie jetzt ganz schlau nachdenken, Chat. Ich habe gesagt, es ist Schlotte oder Koray. Beide sind das nicht. Schlotte muss es sein, weil beide nicht gedingstert sind. Ich bin nach rechts. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe extra gesagt, beide sind das nicht. Einer von beiden ist das. Es ist klar, dass es Schlotte ist, sonst hätten sie schon gewonnen. Also ist es Korays safe nicht. Also muss Danny wissen, dass es Kusen ist. Du könntest aber auch falsch liegen. Ich liege nie falsch. Ja, aber jetzt fickt das gerade hin. Aber wo... Wir sind nur... Ich bin es auf keinen Fall. Hast du gesagt, wo die Leiche ist? Nein, der wusste jetzt sofort. Der wusste jetzt sofort. Weil ich ihn gesehen habe. Warum reportst du da nicht, hä? Digger, ich habe ihn lebendig gesehen. Willst du mich verarschen? Er war AFK am Table. Deswegen habe ich gesagt, liegt die da. Digger, ich weiß nicht. Also ich würde auf Koray gehen, Digger. Sag ich. Ich muss auf Koray. Wenn ihr mich jetzt rauswillt, ne? Ich habe den Code alleine im Admin gemacht. Ich habe keine Infos. Ich habe keine Infos. Ich habe keine Infos. Ich habe vorhin gesagt, es ist Schlotty oder Koray safe. Schlotty musste... Ich habe aber auch gesagt, es sind... Beide sind es nicht, weil die haben sich gegenseitig angemacht. Schlotty war es, weil sonst hättet ihr gerade schon verloren. Ihr drei. Also, es ist Koray nicht, Danny. Das hättest du wissen müssen. Und wenn du nach 10 Runden keine Infos hast, dann liegt es an dir, du scheiß Schwanzkopf. Dribbler, Leute, Dribbler. Du änderst jetzt deinen Namen. Hey, morgen, Dribbler. Du änderst jetzt sofort deinen Namen. Du heißt Dribbler an diesem Spiel, Digger. Das Einzige, was du dribbletzt, sind unsere Mates. Mehr dribbletzt du nicht. Jungs, Genie und Wahnsinn. Genie und Wahnsinn. Nein. Wahnsinn. Das Einzige. Im Gegensatz zu dir wenigstens. Kein einzigen Mal. Nee, ich mache meine Challenges immer. Schöne Sachen, muss ich auch sagen. Ich mache alles immer ohne Schummel. Du machst gar nichts in zwei Stunden. Du machst immer schlafen. Du bist der erste Schlafgeber der Chance. Du schwanz. Ja, dafür schläfst du 16 Stunden am Tag. Du musst es. Hottens auf. Ich rieche deine Fahne bis hier, Micky. Genie, bleib ruhig. Und jetzt bleib mal ruhig. Und jetzt bleib ruhig. Ich mache mir Freunde. Ich werde jetzt gewinnen. Ich spiele richtig schlau. Einfach, weil er nutt. Wenn es witzig, du Schwanz, ne? Nee, ich weiß auch, wer es ist. Oh, danke. Oh. Ich sag, es ist der Pinker. Kann ich einfach jetzt mal Willi ausdings lassen, dass er es sagt, danke. Ich war an den Camps. Leute können es auch bestätigen. Die Camps waren an. Und jemand ist aus dem Mid Bay rausgelaufen. Ich bin dann Richtung Electric gegangen, um zu gucken, ob da eine Leiche ist. Da lag eine Leiche. Ja, bei dem lachen nur zwei Leute sein. Ey, gehör, Micky. Ja, aber da kann ich jetzt Micky safen. Micky, jetzt sei bitte nicht... Okay, dann jetzt bitte musst du mich safen. Ich sag mir Dings, obwohl Willi nicht meinen Namen gesagt hat. Micky, wo bin ich und seit wann bin ich mit dir? Ja, es geht vom Zeitraum, aber ich glaube nicht, dass du das geschafft hättest. Ja. Okay, also ich sag's nur. Ich kann nicht zu 100% sagen, aber... Ich war Mad Bay, ich war Mad Bay, aber das stimmt. Und Micky, du kannst mich safen. Ich hab keinen Namen noch nicht genannt, gar nichts gesagt. Ich hab nur gesagt... Aber dann warst du schon sehr schnell da. Ja, das geht gar nicht, Digga. Zeitlich geht es nicht. Die Leiche ist dann nicht frisch. Deine Leiche ist... Was hast du in Mad Bay denn gemacht? Ich hab diese Tasker gemacht von Upper Engine. Dann bin ich rüber gelaufen. Aber in Mad Bay, welche Task hast du da? Die an... Wo diese... Mit diesen Reagenzgläsern. Das stimmt alles, was Willi sagt. We talked, das stimmt. Aber ich war da... Das hab ich nicht zeitlich hinbekommen. Nein, 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 das Reagenzglas. Das Reagenzglas. Micky, Micky. Er könnte ja auch einfach von Elektrik Richtung Storage gelaufen sein, ne? Also... Nein, also wie gesagt... Ja, ich bin... Das ist wirklich... Ja, das steht. Das ist logisch. Aber ich war da. Ich hab meine Task gemacht. Bin dann O2 fixen wollen. Und da war ich lange mit Micky. Und Micky, kannst du die ganze Zeit safen? Ja, halt kurz davor war er mit mir, ja. Die sind so dumm. Okay, ich darf jetzt keine Kill machen. Ich mach jetzt keine Kills. Cousin muss das Zepter in die Hand nehmen. Hasse dich. Bleib ruhig, mein Freund. Du solltest Sadio Mané hassen. Und du solltest hoffen, dass Brötzok Krich nicht dahin holt. Sonst hast du ein riesengroßes Problem. Viel reden. Ich rede jetzt richtig viel. Ich hab vorher richtig viel geredet, jetzt mach ich auch. Ich lauf ganz hell mit Kora im Medi. Cousin, du musst Meter machen, woanders hin. Mach weg. Mach ihn weg. Wir müssen was machen. Ich laufe gerade vom Cafeteria runter Richtung Admin. Dribbler kommt mir entgegen. Medi kommt mir entgegen. Ich würde gerne von euch beiden wissen, von wo ihr kommt. Und ich kam aus Medi, bin dann mal unten an den Tisch lang gelaufen. Sieht dumm aus. Ich hab mir auch jetzt gerade im Kopf gesagt, bitte lass jetzt nicht Kora live reporten. Sonst denkt er, ich bin's. Aber ich war vorher im Medi, hab diese Reagenzgläser angeklickt. Und dann irgendwer kam mir auch entgegen. Ich glaube, Willi. Ich bin, ich bin hier entgegen. Genau, Willi kam von Cafeteria mir entgegen. Und dann bin ich unten am Tisch vorbeigelaufen. Und dann wieder hoch und zu weit bis rein. Okay, war dran. Wir waren zu viert da, dann sind wir alle rausgelaufen. Vielleicht ist es genau vor Admin. Also Edi, Kusing und Omid waren eben Admin mit mir. Ja, wir sind dann alle rausgelaufen. Ich sag mal, für ihn call Medi wär, glaub ich, schwer war er als mir. Aus Medbay rechts gegangen. Danni, Kusing, ich und... Ihr wart ja zu viert. Ja, aber sie muss ganz... Jungs, ganz kurz, lass ich was sagen, bitte. Maske. Aber wir sind zu viel drausgelaufen. Wir sind zu viel drausgelaufen. Die muss ganz frisch sein, die Leiche, Koray. Kusing, aber euch bitte nicht vergessen. Ihr habt gesagt, Kusing, aber auch nicht vernachlässchen. Danni, wir sind im gleichen Team. Wir sind rausgelaufen. Bitte verkack nicht wieder. Okay, Danni muss weg. Komm her, komm her, Daniel. Komm her, Daniel. Ah, oh, oh. Ey, wenn du das jetzt verstehst, Cousin. Wenn du das jetzt verstehst, wir müssen sie killen, Cousin. Cousin, kill ihn. Tüger, ich bin so ein aggressiver Spieler. Cousin, kill ihn. Cousin, kill ihn. Bitte. Ach du Scheiße. Cousin, Cousin. Cousin, Cousin, kill ihn. Cousin, kill jemanden. Cousin, kill bitte jemanden. Cousin, kill ihn. Yo. Es muss in Mad Babe noch ein Kill sein, oder? Oder Security. Hä? Da lag niemand, aber es stand melden. Rechts oben beim Kurt. Genau von Kurt. Dann sage ich jetzt mal meine Sache. Der eine Kill ist dann anscheinend oben rechts bei Eldos. Der andere, meine lieben Damen und Herren, ist bei Mad Babe oder Security. Ich laufe gerade in der Letztur rein. Cousin und Medi laufen mir entgegen. Ich denke mir, komm, check ich noch mal ab, was noch dahinter ist. Dahinter ist nichts, denke ich mir. Auf einmal kommt dann ein kleines pinkes Zäppchen aus dem Web. Muss Eli sein, weil ich war mit Micky an den Camps. Oder ich war an den Camps, da war Micky und ich weiß nicht, wie weit. Ich bin mir runtergelaufen. Micky war die Letzte der Medi. Okay, Jungs, Jungs, bevor ihr jetzt wählt, bevor ihr wählt, Willi, Medi. Also, ihr könnt jetzt aussuchen, wir müssen jetzt zu dritt auf den Gleichen. So war ich hier sitze, es ist Koray. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht ganz genau, aber hier sind noch zwei Imposter drin. Ich war es nicht, zu 100 Prozent nicht. Ich kann euch ganz genau sagen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Ich war Cafeteria, habe oben rechts diese Tasks gemacht. Dann wurde hier links dieser Reactor. Lauf dahin, entschärft das Teil, lauf nach unten, mach elektrisch in zwei Tasks. Ey, du hast links nicht mal einen Reactor gemacht? Ich war links, du Vollidiot. Mach deine scheiß Augen auf. Mach deine scheiß Augen auf. Koray, f*** euch jedes Mal aufs Neue. Ich weiß nicht, wer der Zweite ist. Erst ganz kurz, soll ich was sagen. Erste Runde war Elisaz. Ja. Hat Willi was gemeint. Stimmt. Willi kann es nicht sein, weil es wäre dumm, wenn er mir aus Cafeteria entgegenkommt. Erste Runde sagt er, er findet... Koray ist es mit einem Zweiten. Koray ist der Zweite. Koray ist der Zweite. Nein, ich war nicht oben. Ich war nicht oben. Ich war nicht oben. Digga, dass zwei mich fehlen. Achso, den Postal. Ey, hallo. Guck mal, denk nach. Die beiden Postal haben mich gefehlt. Hätte Cousin ein Kill gemacht. Digga, ich habe vier Kills gemacht. Vier Kills. Cousin ist schon wieder bekippt in seinem Sitz. Ein Kill, Digga. Cousin ist hier. Kill ihn. Electrical. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Schön. Geh oben, geh oben lang. Geh oben lang. Gut. So, jetzt mache ich für dich O2, damit die alle da weggehen. Geht weg. Ach, scheiße. Ja, ich bin so schlau. Koray liegt in Electrical und somit ist es Cousin, weil Billy war oben bei Camps. Ist das echt Cousin? Weil Eli muss sicher sein, sonst hätten wir schon verloren. Cousin, wirklich Arbeitsverweigerung. Die ersten Runden. Ich mache vier Kills, Bruder. Ich habe vier Kills gemacht. Digga, ich wollte... Eli hatte ich recht mit dem ersten? Ja, ich habe alle Kills gemacht. Digga, Cousin, ein Kill, Bruder. Ein Kill machen. Ein, zwei Kills. Digga, Cousin, du musst mehr machen als Imposter. Das geht nicht, Digga. Du musst Reaktor machen und dann Keynes. Ich bin seit übrigens locker 15 Runden nicht in der Imposter gewesen. Digga, juckt nicht. Tantau mal, äh, schnell. Schau, schau. Sonst steht es gleich wieder. Ich trete. Schlotte, jetzt komm schon. Hey, ja, BVB. Ich hole den Wind für meinen Vater. Mein Vater ist Dortmund Ultra für den Titel. Ich hole mit Dortmund Profi Imposter-Win. Für meinen Vater. Die Guten werden jetzt gekillt. Dribbler bleibt am Leben. Dribbler bleibt am Leben. Edi bleibt auch am Leben. Micky bleibt am Leben. Cousin bleibt am Leben. Ah, scheiße, Willi war da. Wir machen was. Koray muss halt sterben. Ich habe geportet, bin Electrical reingelaufen und links neben dem Wind liegt. Ich könnte Cousin saven für den Kill. Ja, für den Kill ich auch Cousin. Kann kein Save. Irgendwer aus Electrical raus. Nein, der ist gewandet 100%. Der steckt da im Band drin. Wer ist denn gerade wo? Einfach gegenseitig saven wieder. Ich bin Reactor. Also auf dem Weg zu Reactor. In der Mitte da. Zwischen Reactor und Security. Ja. Zwischen Lower Engine und Reactor. Von wo, Eli? Von wo? Von unten, Storage. Okay, kann das irgendjemand bestätigen? Kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen, bin in den Camps. Bist du in den Camps? Ja, die Camps waren. Ja, weil er ja kurz vor Security war. Er kam von unten. Weißt du? Zwischen Reactor und Security in diesem Gang da. Niemand mit dir in Security? Hast du ihn gesehen? Ja, da hab ich ihn gesehen, ja. Dass er von unten kommt. Du verfettete Mastzau, Digga. Ich mach meine Tasks. Lauf du mir nicht immer die ganze Zeit hinterher. Ey, nicht beleidig. Also, jemand kann bestätigen. Einfach gegenseitig bestätigen, wo wer wo ist. Als Schlotti nur Illi deckt, wo wir auf dem Zettel haben. Wir haben jetzt einfach nichts erfahren. Ich schwör. Ich check's gar nicht, Digga. Wo kommst du denn her, Micky? Wo kommst du denn her, Micky? In 50 Sekunden. Ich steh neben der Leiche. Ja, du Vollidio. Hast du nichts gesehen? Nächstes Meeting, Jungs. Digga, ich schwör. Micky darf den Redebein nicht mehr haben. Wer auch immer Impostor ist, bitte Micky töten. Jetzt warte ich, bis alle rüberlaufen. Jetzt kill ich ihn genau hier. Und jetzt verpisse ich mich. Und niemand wird's erfahren. Na, warte mal. Da ist Camps. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Noch 6 Sekunden. Ich hab einen Plan, Chat. Okay, tut mir leid. Willi, warst du Camps? Ja, also... Okay. Darf ich kurz sagen, aber? Mach. Ähm, ich wollte fragen, Edi, woher kamst du? Äh, von Cafeteria. Woher? Also davor? Navigation. Charipro. Digga, ich war in Navigation, bin in Cafeteria, wollte Reactor fixen. Da war Willi und Medi in Dings da. Security. Ja, und du bist von Navigation also runter rangegangen, oder was? Was? Ich bin hochgegangen, du Vollidiot. Navigation, hoch, Cafeteria. Ja, da gibt's aber noch die Leiche. Ja, cool. Was soll ich machen? Ja, du bist es. Bist es wo? Also, ganz kurz, warte mal. Du warst in den Camps, Willi, dann sag es doch mal jetzt. Ja, also... Ey, bitte, Willi, sag's. Also, ich kann nur das sagen, was ich gesehen hab. Also, ich hab gesehen, dass Micky wie ein Rucksack an Eli hängt. Ich hab den Kinn nicht gesehen, ich kann nix anderes anders sagen. Aber meine plausibste Lösung ist bei diesem Ganzen, dass Eli zu Hause saß, gesagt hat, es kribbelt in seinen Händen, dass er die verfestigte Masse wegmacht muss. Ja, fette Masse, ja. Kann ich mir auch wirklich genau so vorstellen. Also, wirklich, okay, 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 ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, okay, ganz kurz, also, dann muss ich jetzt mal was sagen. Es sind hier zwei Imposter drin, entweder es ist Eldos oder Willi. Nein, du, ihr seid dumm, ihr seid dumm, ihr seid dumm, ihr seid dumm. Eldos, es kann aber auch sein... Also, Midi, ihr werdet komplett gef***t. Ich war mit dir Security. Das ist ja krass. Ich war mit dir Security. Habt ihr bei Security gesehen? Ich war Security. Ja, ich war Cafeteria, habt ihr meine Tasche gemacht. Ihr werdet so ge***t. Der Plan war, ich sag euch mal den Plan, ich wollte hier warten, bis einer kommt und dann wollte ich den auch killen. Versteht ihr? Das habe ich schon mal gemacht und so habe ich schon mal gewonnen. Das war nicht so schlecht. Aber Schlotte muss auch mal ein paar Kids machen, Digga. Ich habe schon wieder beide Kids gemacht. Warum machen meine Mates keine Kids? Wie soll man da was machen? Lol. Er muss viel mehr Kids machen. Ich bin wieder zurückgerannt Richtung Electrical. Da kann mich ja auch irgendeiner safen eigentlich. Einer ist mir entgegengelaufen. Ich weiß nicht mehr. Ich bin da mit Willi, aber ich habe Schlotte, die habe ich nicht gesehen. Willi und... Also ich finde es ein bisschen komisch, dass er immer Eldos vielleicht nicht findet. Eins. Ja. Ja. Zwei. Ich hoffe ganz... Eldos und Willi. Da muss Schlotte raufgehen. Stimmt, Schlotte. Ich glaube, du hast den falschen Fake-Ort genannt. Schlotte, Lüge, Lüge. Ich wäre ich. Ich habe doch gesagt, dass mich irgendeiner gesehen hat. Ich weiß aber nur nicht wer. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich auch nicht. Von links. Aber es wird gar keinen Sinn machen, dass sich irgendjemand sagt, dass er nicht kinnert, wenn er mich nicht gesehen hat. Macht nie Sinn. Kuba, was machen wir? Kuba, was machen wir? Ich würde eigentlich relativ auf Schlotte gehen. Ja, ich auch, glaube ich. Ich könnte auch die Kostas aufhaben. Es muss Schlotte sein. Es muss Schlotte sein. Peter. Schöne Sache. Jawoll. Micky war richtig. Micky war richtig. Micky war richtig. Ely. Ich wusste, dass du es bist, wie du mit dir. Ely, Jelly, Bro. Der Ablauf war. Ja, du bist krass. Ja, du bist krass. Du schaust da von oben zu, du schaust da von oben zu, ne? Danny, wie findest du die Impostor-Roten heute bei dir? Digga, 17 Roten am Stück. 17 Roten am Stück. Und du bist halt auch noch so scheiße. Uns juckt immer noch jemand. Chat, ihr entscheidet. Aggressiv oder ruhig. Ich würde ihn gerne jetzt schon wieder umdringen. Hahaha, Chat, ich muss es eigentlich tun. Ich muss es eigentlich tun. Was ist die Abstimmung? 65% auf aggressiv. Die haben mich halt immer den Chip. Ich muss heute Willi auch weg eliminieren. Omed, bitte. Warum muss ich immer alle Kills machen? Mal gucken, wie viele Kills Omed macht. Einfach weil er n*** ist. Ich muss, ich muss. Sie sind sonst fertig mit ihren Tasks. Scheiße. Ich bin, Mad Bay kam von Security. Ich hab dann meine Event-Task gemacht. Und dann nach oben gelaufen. Von, von Mad Bay Richtung Security. Nein. Er kam von Security. Von Security Richtung Mad Bay. Mit Eidos. Eidos kann mich helfen. Ich war Admin mit Willi. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Omed und Miki. Wir waren doch gerade eben in Reaktor. Da war doch gar nicht Willi. Nö. Ich bin in Security nach oben gelaufen. Nein. Wann war das? Die Leiche liegt in Electrical auf dem Vent. Wenn Eli sagt, er ist in Mad Bay. Und er ist von Security in Mad Bay rein. Ich war eben mit Miki und Omed bei Reaktor. Und da hab ich Eli nicht gesehen in Security. Nein. Aber ey, ich war in Security. Willi war da auch irgendwo. Ich hab auf dieser Tast, auf dieser Vent-Tast. Ja, das war vor 5 Minuten. Ja, das war vor 5 Minuten. Ja, das war vor 5 Minuten. Dann bin ich dann wieder nach hinten gelaufen. Und ich war mit dir, du warst in den Camps. Dann bin ich nach oben gelaufen. Und Koray ist dann im Mad Bay von oben gelaufen. Also hat Koray den Camp auch nicht gemacht. Ich war schon im Mad Bay drinnen. Der Typ ist im Vent. Ich komme in Mad Bay rein. Eli kommt von links vom Vent so die Richtung da rein. Nein, ich hab meine Dings da Tast gemacht. Meine, wie heißt es? Mit den Gläser. Also der Kill war auf jeden Fall auf dem Vent. Es kann sein, dass die Person einfach im Vent ist. Das Cousin habe ich nicht zu empfehlen. Ich glaube die und Endos auch nicht. Kann auch sein, dass die im Vent sind. Das muss aber nicht sein. Was meinst du mit mir? Wer geht auf mich? Wer geht auf mich? Wer war das nochmal? Der Bayern-Fan, ne? Der Bayern-Fan, ne? Der Bayern-Fan, ne? Wir können nicht mehr gewinnen. Wir können nicht mehr gewinnen. Wir können nicht mehr gewinnen. Warum machen meine Mates nie Kill? Nie. Wir haben verloren, Chat. Die Task. Ich kill jetzt, Micky. Warte mal, wie viele sind hier drin, ne? Ohmet? Wir müssen diese beiden jetzt killen. Lass mich Micky killen. Kill ihn, kill ihn. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir... Mann, ich kann das nicht so oft sehen und so oft finden. Nein, das ist nicht möglich. Eli vent in Mad Bay. Ich bin wieder mit. Lauf mich. Lauf mich. Ey, warte mal. Ich bin in Mad Bay gewandet? Oh Gott, kann man die jetzt auch gerade sagen. Okay, schwör mal auf alles, dass ich in Mad Bay bin? Ja, jetzt. Nein, 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 nein. Schwör mal auf alles, dass ich in Mad Bay bin. Ich schwör... Mitschwörn hier? Ja. Ich schwör auf alles, dass ich bei Mad Bay wenden sehe. Also ich bin in Mad Bay, sagst du? Nein, ich schwör auf alles, dass ich bei Mad Bay wenden sehe. Ich habe kurz eine Frage, Koray. Okay, okay. Liegt da auch eine Leiche oder? Nee, okay, okay. Also ich habe keine gesehen. Vielleicht liegt die rechts oder so. Okay, also ich kann, ich kann zum Beispiel Willi. Willi in Schutz nehme ich und Willi waren die ganze Zeit in die Ferne. Okay, jetzt kommt ein Call von mir, jetzt kommt ein Call von mir. Ich schwöre auf alles, ich bin nicht in Mad Bay. Bin da auch nicht schön gewendet. Hast du noch gar nichts gesagt? Doch, hat er. Er hat gesagt, er hat gesagt, dass ich in Mad Bay bin. Geht nicht ehrlich. Du hast drei Mal gesagt, dass du gewendet bist. Bin ich nicht. Ich schwöre, ich bin nicht Mad Bay gewendet. Wo sind denn die Leichen? Die musst du Elektriker dann legen. Hör zu, hör zu Arme. Ich bin nicht gewendet zu Mad Bay. Dann ist es Koray. Es kann nicht Koray sein, Edi. Ja, es kann ich sein. Ich bin nicht. Es stimmt nicht. Was labert der? Willi, du weißt, es kann er nicht sein. Weil er ist rein und raus und ist hier vor dem Meeting gegangen. Das macht keinen Sinn. Wir müssen auf Edi gehen. Anders geht nicht, Willi. Also... Ja, was soll er machen? Also wenn Koray... Entweder ist es deiner Koray oder... Wer ist da hingewendet? Ich bin da nicht hingewendet. Das ist ein Bug. Oder ist Omid da hingewendet? Hat einer einen Clip? Ja, ich bin da nicht hingewendet. Aber er macht ja auch nicht Stream auf Chat. Dann war es ein Bug. Ungünstig mal wieder. Ich will ja nichts sagen, aber der hat ja nicht mal Emote-Only im Stream. Koray hat den Stream zu Chat. So ist der Stream hier. Guck mal, wie mein PC bitte im Arsch ist. So ist der Stream. Ich habe keinen Emote-Only drin. Wenn ich Crew-Map bin, machen wir den hier. Also wir sehen den Stream nicht. Oh Gott, die kann man mir jetzt aufmachen. Man, Digga. Ich bin da aber nicht hingewendet. Ja, man kann Koray verstehen. Das ist dieser Bug. Wenn du hinguckst, wo du hinwendest, ist es vermaggt. Wheel Talk. Wheel Talk, schöne Runde, Jungs. Ey, bei mir war der Bug, ne? Bei mir war Wend-Bug. Ich bin nicht gewendet. Eli, dann hätten wir dich auch gehabt, wenn du bei Security gewendet bist. Ja, weil wir waren an den Camps. Ja, aber es war an kurzem. Ja, aber es war an kurzem.